Was die Kanzlerin, ich kann nur raten, vermutlich sagen will, dank ihrer Regierung laufen so viele Sachen so viel besser in diesem Land. Wenn auch, das gibt sie zu, noch nicht perfekt. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele.